So, da sind wir wieder. Oh Gott, ich weiß schon so lange nicht mehr hier. Ich weiß schon wieder nicht, wie die Tasten funktionieren. Wo ist denn... Ich glaube, das war H, ne? Nein, ich würde mir gerne die Controls nochmal angucken. Du! Ähm, ja. Es hätte fast funktioniert. Zu erfrieren. Zumindest für mich. Ich will ein Schneemann sein. Halt mich nicht auf. Hm? Ich könnte eine Säge benutzen. Ein Schneemann! Hm. Ich will berühmt werden. Sieh zu und mach mir einen Schneemann. Warum? Wenn du ein Schneemann wärst. Äh, kannst du von jedem gehalten werden, huh? Nicht wie jede Eisstatue. Also mach mir einen Schneemann. Fein. Es ist entschieden! Nicht einfach nur einen einfachen Schneemann. Den besten auf der Welt. Ich kann's machen. Schwester. Sieh, sieh mal. Kekse. Ich hab sie alle gemacht. Hm. Wer hat dir das beigebracht? Äh, ich hab's in einem Buch gelesen. Wow, das ist gut. Ja, genieße sie. Hä? Genieße sie. Ich bin nicht wirklich hungrig. Es würde mir das Essen ruinieren. Okay, nimm nur einen. Danke. Köstlich. Die besten, die ich jemals hatte. Wow, wirklich? Obwohl es mein erstes Mal ist, hat sie die nicht gerade wieder ausgespuckt? Natürlich, du bist gut in allem. Gut? Ja, unglaublich gut. Oh, wow. Ich würde mehr machen. Ich kann alles machen. Der Plan ist es. Schaufel eine Menge Schnee auf mich. Also werde ich größer. Und dann bin ich ein großer Schneemann. Fantastisch. Okay. Ich würde es tun. Sieh dir das an. Es ist der perfekte Plan. Ich kann es tun. Ich hab die im Schnee geholt. Ist die nicht kalt? Was? Deine Hände. Nicht wirklich kalt. Ich bin ein Schneekind. Also ist das okay. Und ich bin ein Schneekind und werde der beste Schneemann. Hey, mach dich bereit. Sammle die Materialien zusammen. Ist das ihre Schwester? Ähm, wie ging das mit den Augen nochmal? Gott, diese Tasten, ne? Was? Hörst du mir überhaupt zu? Bist du ein Idiot? Sprichst du überhaupt japanisch? Du bist dumm. Und idiotisch. Wunderschön weiß. Ist das ein Schneemann? Amazing. Ich frage mich, wessen Grab das ist. Könnte ich das nicht... Ich frage mich, wer du bist. Wie bist du gestorben? Was denkst du über... Über Verantwortung? Wer spricht denn da? Was denkst du über... Responsibility und Versprechen? Wie auch immer. Oh Gott, ähm... Der lichten Zettel, den hätte ich gern. Liebe Eltern, es gibt einen Schneesturm. Also erlaubt euren Kindern nicht alleine rauszugehen. Ich glaube, ich schreie ein wenig, weil die Musik ist unglaublich laut. Bitte macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich brauche nicht mal die Brücke... Oh Gott. Obwohl, ich müsste mich hier vielleicht nochmal einmal... Weiß. Der licht nämlich ein Zettelchen. Okay, also den Einfluss, den Kinder von anderen Kindern bekommen, ist erstaunlich. Zum Guten oder zum Bösen. Könnte das der Freund der Lady sein? Dein Freund? Denkst du viel nach? Ihr seht euch ähnlich. Beide... Sie und du können einen guten Job machen. Dieser... Ja, die... Oh je. Was für ein süßer Gass... Kunde. Wie kann ich dir helfen? Ähm... Was sollte es sein? Oh dear. Unglaublich. Oh Gott. Entschuldigung. Das für ein Gür schon wieder. Bitte ruinier nicht meine Arbeit. Workspace? Kinder sollten draußen spielen. Bitte geh raus. Wo ist nochmal mein Inventar? Wo ist nochmal mein Inventar? Hallo. Ähm... Hallo. Wunderschön, nicht wahr? Ich hab's das alles allein gemacht. Alle diese Schneemänner. Unglaublich, nicht wahr? Ja. Das Mädchen hat's mir beigebracht. Deine Familie. Ich hab eben auch Schneemänner gemacht. Ist das so? Also gut. Ich werd dir das hier leihen. Dankeschön. Wollen wir einen Schneemann zusammenbauen? Ja, lass es uns tun. Ich bin der Meister der... Ja... Das Craftmanship. Wow, so groß. Was ist das? Schneedekoration. Jedes Jahr, wenn der Schnee fällt, dekorieren wir die Bäume. Warum? Weil es Spaß macht. Wenn der Schnee fällt, haben wir nichts zu tun. Ich wollte auch eins. Lass uns an die Arbeit gehen. Wo sollen wir den bauen? Ich hab bereits einen Freund dort. Also gut. Ich mag das nicht. Das ist meins. Okay. Oh, gut, oh, gut, oh, gut. Meiner war der Beste. Ich hab's getan. Ich bin so froh. Meine Schwester hat's mir beigebracht, wie ich's machen soll. Ich liebe sie. Wahnsinn, wie ist es sogar noch positiv, wenn alles andere hier irgendwie doof und komisch ist. Und jeder verändern sich echt nur die Bäume. Ah, was? Warum hast du sie hierher gebracht? Ah, ich verstehe. Du bist hier. Das wird nicht funktionieren. Was? Du machst immer alles kaputt? Verstehst du überhaupt Kunst? Ach Gott, das ist ihre Schwester. Oh. Sie sagt... Ja, dich selbst fertig zu machen, ist in Ordnung. Oder... Wir können das ja wieder zusammenbauen. Wusstest du das nicht? Bist du dumm? Du hast mich so verletzt. Ich bin das Opfer. Übernimm Verantwortung. Du hast mein Kunstwerk berührt. Hast dich drüber lustig gemacht. Das ist deine Schuld. Wie auch immer. Ich werde einen mit ihr bauen. Tu doch, was du willst. Wenn du es mit mir machen willst, komm jederzeit vorbei. Ich hasse euch. Lasst uns zusammenarbeiten. Warum sind die so komisch? Die sind sehr komisch. Die Musik war gerade sehr laut. Die Blätter sind weg. Hallo. Ja. Lass uns einen zusammenbauen. Ich will das nicht. Ich hasse das Kind. Ich habe eine gute Idee. Ja. Ich habe eine gute Idee. Los. Was meinst du mit hoch? Auf den Berg. Da ist eine jede Menge Schnee. Dort oben. Du kannst so weit sehen. Es ist deine gute Idee, richtig? Also gut. Wir sehen uns später. Okay. Gefunden. Oh Gott. Was fängt mir denn da? Ich habe eine Schaufel gefunden. Entschuldigung, Johnny. Es tut mir sehr leid, John. Ich finde die Katze sehr süß. Wow. Ich frage mich, wie bist du... Warum bist du gestorben? Ja. Das mag man sich tatsächlich fragen. Noch mehr machen? Okay. Warum? Nun, es macht Spaß. Ich bin gut darin. Ich bin der Meister. Okay. Warum bist du so gut? Ich habe es von meiner Schwester gelernt. Wer magst du sein? Von wem hast du gelernt? Dad? Mama? Schwester? Hey. Was zur... Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Vielleicht ist dieses Kind genauso. Okay. Ich will einen Großen zusammen mit euch bauen. Okay. Alright. Also ich schicke sie jetzt, glaube ich, auch gerade zum Hell. Ist zum Geleid. Manchmal überspringe ich. Vielleicht auf dem... Auf der Spitze des Berges. Hm. Okay. Ist das eine gute Idee? Es mit diesem Kind zu machen? Okay. Weil ich nicht weiß, wie. Okay, okay. Also gut. Lass es uns machen. Es wird der Beste werden. Können wir den Besten machen? Natürlich. Ich bin die Beste auf der ganzen Welt. Meine Schwester hat es mir so gesagt. Wenn du einen Schneeball machst, sei sicher, dass du ihn langsam rollst. Nicht zu schnell, aber immer rund. Okay. Okay. Der ist perfekt. Ich bin ein Genial. Nur weil du nicht weißt, wie. Du kannst die ganzen Materialien zusammensammeln. Wir haben noch nicht genug. Okay, was braucht denn rein? Alter, ist die Musik laut? Haben wir hier noch irgendwo den... Okay, ich will noch mal eben... Kann ich auch spielen? Warum nicht? Warum? Das ist nicht fair, nicht fair. Warum kann ich nicht mitspielen? Was ist so gut an diesem Kind? Sie ist schlimmer als ich. Hey, hey, Schwester. Kannst du mir helfen? Warum? Du kannst das später machen. Es tut mir leid. Oh Gott, die zwei sind so süß. Hast du das von deiner Schwester bekommen? Wunderschön. Oh Gott, ist das so laut. Es ist sehr laut gerade. Es tut mir sehr leid. Ach du. Das ist ein süßer Kunde. Ja, wie kann ich dir helfen? Was könnte es sein? Ich weiß es auch nicht. Eine seltsame Puppe. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt noch irgendwas mache. Ich bin da echt ein bisschen genervt, weil es echt laut ist. Ich traue mich gar nicht zu reden, weil ich dagegen gar nicht ankomme. So laut kann kein Mensch schreien. Ist das ein Schneemann? Kann ich hier die Schaufel benutzen? Das ist ein Schneemann. Was ist los? Stört dich etwas? Wirklich? Wir sehen uns später. Hier. Oh Gott. Was haben wir denn da jetzt gemacht? Eine Axt. Okay. Können wir mit der Axt event... Oh Gott, ich wusste das so gar nicht. Die da unten stören nicht. Okay. Wie erwartet. Es war hier. Dankeschön. Ich wollte es nicht. Sie hat es von alleine getan? I don't know. Okay, wir können es hier nicht benutzen. Gib mir eine Weile. Du bist spät dran. Aber wenigstens halb durch. Das ist der Fall. Jetzt lass es uns zu Ende bringen. Hab's. Hab wir... Hab's? Noch nicht ganz. Wir haben noch immer keinen Kopf. Dann kann ich der Beste ohne Kopf sein. Was sollen wir tun? Mit der Kulle hat doch immer einen Kopf rum. Kann ich die nicht nehmen? Wir haben noch einen Kopf rum. Wir haben noch einen Kopf rum. Wir haben noch einen Kopf rum.